Ja, herzlich willkommen an alle. Wir freuen uns sehr über das große Interesse. Ich sehe hier 82 Personen. Das ist, glaube ich, toll. Es ist aber auch ein spannendes Thema, das uns Kollege Michels dann heute präsentieren wird. Und ich freue mich selber schon sehr auf diesen Vortrag. Und ja, ich bin froh, dass man sowas inzwischen online machen kann. Und ich hoffe, dass wir alle mit mehr Informationen hinausgehen. Natürlich verfolgen wir alle die Entwicklung in Deutschland durch die Medien, aber man kriegt Hintergrundinformationen ja doch nicht so gut mit. Und daher finde ich so eine Veranstaltung wichtig. Ja, mein Name, um mich mal vorzustellen und nicht allzu viel Zeit zu verbrauchen. Mein Name ist Kurt Fehlöcker. Ich bin an der Subner-Uni, an der Fachhochschule. Bilde ansonsten noch Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten aus. An der Donau-Universität in Krems und an der Universität in Salzburg. Und ich freue mich dann auch gleich, die Kolleginnen und Kollegen zu begrüßen. Aber vorher vielleicht noch ein paar Worte zur Hauptveranstalterin. Das ist die Subner-Universität, eine junge Universität. Wir haben gerade unser Fünf-Jahres-Jubiläum gefeiert. Und ich bin auch dankbar, dass wir die Ressourcen hier haben, weil, das darf man vielleicht sagen, die Kolleginnen und Kollegen an der Subner-Uni waren sehr beschäftigt mit der Reakreditierung, die jetzt auch abgeschlossen ist. Die Subner-Uni als junge Universität hat trotzdem schon viele Studiengänge, die sie anbietet. Unter anderem, muss man sagen, den Studiengang Psychotherapie mit Bachelor und Master, soziale Arbeit mit Bachelor inklusive Pädagogik, Bachelor, Master, Psychologie seit neuestem, Bachelor, Master und dann noch kürzere Lehrgänge und Workshops. Wenn Sie sich interessieren, subner-uni.at, findet man alle diese Informationen. Ich darf auch, habe ich gerade zuerst gesehen, ich darf auch den Rektor begrüßen, Peter Pantuschek-Eisenbacher, der das mit hier ermöglicht, mit organisiert. Damit sind wir aber auch schon bei unseren Partnern. Und da ist zu nennen, vor allem einmal der ÖVDF, der Österreichische Verein der Drogenfachleute und das Ilse-Alt-Institut der Fachhochschule, die uns tatkräftig unterstützt haben bei der Organisation dieser Veranstaltung. Dann darf ich noch begrüßen den ärztlichen Fachberater und Kollegen im Lehrgangsleitungsteam Suchtberatung und Prävention, ärztlicher Fachberater des ÖVDF, Dr. Ewald Hölth. Servus Ewald, hallo. Dann Silvia Franke, die hat man schon kurz gehört, gesehen, natürlich auch. Silvia Franke ist ebenfalls im Lehrgangsleitungsteam von Suchtberatung und Prävention des Masterlehrgangs Psychotherapeutin, Sozialarbeiterin und für den Internationalen Verband der Sozialarbeit in der UN, in Wien, im NGO Committee on Drugs. Außerdem begrüßen darf ich dann noch den Kollegen Johannes Pflegau vom Ilse-Alt-Institut, Leiter des Ilse-Alt-Instituts. Ich freue mich, dass er hier ist und last but not least Christian Thoma als Obmann des ÖVDF, des Österreichischen Verein der Drogenfachleute. Ja, und damit hoffe ich jetzt, niemanden übersehen zu haben. Silvia, du sagst mir das, falls ich irgendwie was übersehen habe. Aber ansonsten würde ich dann gleich weitergeben an dich und du stellst unseren Referenten ein bisschen näher vor. Ja, grüße ich alle miteinander. Es freut mich sehr, dass so ein großes Interesse ist. Auch noch einmal herzlichen Dank an den ÖVDF. Es sind viele bekannte Gesichter, die ich gesehen habe aus diesem Feld. Ja, ich freue mich sehr, dass es gelungen ist, den Ingo Michels zu gewinnen für diese Vorlesung. Ingo Michels ist, Dr. Ingo Michels ist Soziologe und Mitarbeiter am Institut für Suchtforschung der FH Frankfurt. Und ist in den 80er, 90er Jahren, war er gemeinsam mit Heino Stöwer einer der Vorreiter für akzeptierende Drogenarbeit, in dem Fall in Deutschland und Drogenreferent auch der deutschen EZ-Hiefe. Er ist wissenschaftlicher Koordinator von Solid, eines internationalen Ausstauschprogramms für Sozialarbeit im Drogenbereich und war von 2010 bis 2013 Projektmanager des EU-Drogenaktionsprogramms für Zentralasien. Und er war beteiligt an der Entwicklung des chinesischen Methadonsprogramms. Also sehr, sehr interessanter Tätigkeitsbereich. Er war auch Bremer Drogenbeauftragter und ist dann aber gewechselt aus dieser Funktion in die Bundesregierung, nämlich von 1999 bis 2017, das sind insgesamt 18 Jahre, war er Leiter des Arbeitsstabs der diversen Drogenbeauftragten. Ich nehme an, es waren einige, nicht nur eine, der Bundesregierung. Also in dieser Zeit hast du sicherlich einen ganz, wie sagt man, Insight bekommen, einen Überblick von der Innenseite über die Entwicklung speziell auch dieses Cannabis-Regulations, der Gesetzgebung, worüber du uns jetzt berichten wirst. Und damit übergebe ich dir jetzt das Wort. Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung, die Möglichkeit, über diese Entwicklung zu sprechen. Ich war Bremer Drogenbeauftragter und wie man sieht, bin ich immer noch Bremen verbunden, zumindest dem Fußballclub, dem SV Werder. Morgen spielen wir übrigens gegen die Salzburger, nicht die Salzburger, aber RB Leipzig. Die kommen ja auch aus diesem Stall sozusagen. Gut, aber jedenfalls das Thema lasse ich heute mal beiseite und ich versuche mal jetzt den Vortrag auch hochzuladen. Ich hoffe, das funktioniert. Ah ja, jetzt müsste es funktionieren. Moment. Können Sie es jetzt sehen? Ja, danke. Ja, okay. Dann will ich jetzt mal damit beginnen. Also das hat ein bisschen zu tun, die Vorgeschichte hat ja, die Silvia schon kurz erwähnt. Ich bin, wie gesagt, schon sehr lange in diesem Thema unterwegs und angefangen hat das dann 1985, 86 in dem Dreh, wo ich tätig war bei der Deutschen Eltshilfe, aber auch den Bundesverband für akzeptierende Drogenarbeit, und normale Drogenpolitik mitgegründet habe mit einem Stöber und anderen Aktivisten. Und schon damals haben wir uns befasst mit dem Thema. Dieses Buch Rechtsleben mit Drogen war so eine der echt ersten Publikationen zu dieser Thematik. Und zum damaligen Zeitpunkt war diese Vorstellung, man kann mit Drogenkonsum auch leben, noch sehr, sehr unumstritten. Also da war das Abstinenzparadik, man so sehr gegenwärtig, und es war sehr schwierig, sich vorzustellen, dass es eine andere Möglichkeit gibt, mit dem Thema umzugehen. Das linke Buch ist sehr interessant. Das ist damals auch herausgekommen. Und die Herausgeber der Jürgen Neumann und Gudrun Scheich-Weich waren aktive Vertreter der SPD, der Sozialdemokratischen Partei in Deutschland, und haben sich damals eben auch schon eingesetzt für die Legalisierung des Drogenkonsums und auch schon für Cannabis-Legalisierung. Sie wurden danach aber relativ schnell wieder zurückgepfiffen, ich sage es mal vorsichtig. Und Gudrun Scheich-Weich war später dann in der Regierung, wo ich dann auch tätig war im Gesundheitsministerium, Staatssekretärin, parlamentarische Staatssekretärin, aber durfte zu dem Drogenthema sich nicht äußern. Das war sozusagen ein, weil zu dem damaligen Zeitpunkt die SPD diese Form oder diese Vorstellung Drogenkonsum zu legalisieren, insbesondere auch mit Cannabis, das war noch sehr umstritten und sollte nicht gemacht werden. Aber wie gesagt, wir hatten damals eben vom Akzeptverband schon eine erste große Tagung, einen Kongress in Berlin organisiert, in Hamburg vielmehr, also in Berlin auch, weil dieser Hamburger Kongress, der fand dann eben 1993 statt und da waren wir auch schon, sozusagen ging es auch um die Frage, wie könnte denn die Menschenwürde in der Drogenpolitik erreicht werden und ohne Legalisierung, so war damit das Motto, ginge es nicht. Auch das war noch sehr, sehr umstritten und wie gesagt, es war noch sehr utopisch und niemand dachte beim damaligen Zeitpunkt daran, dass das mal realisiert werden könnte in Deutschland. Und es gab eben auch sehr lange Zeit danach einen, sag ich mal, drogenpolitischen Stillstand und die Grundannahme, das hatte ich dann später auch im Gesundheitsministerium kennengelernt, die Grundannahme war, das Betäubungsmittelgesetz hat generalpräventive Wirkung. Also es war die Vorstellung, wenn ein Gesetz den Umgang, den Umgang mit bestimmten Substanzen verbietet, dann wird es eben auch nicht gemacht. Das Bild rechts zeigt die Realität, das ist jetzt ein Foto aus Frankfurt, ich bin ja jetzt häufiger in Frankfurt dort tätig und unterwegs und da sieht man natürlich den täglichen Drogenkonsum auch jetzt noch auf der Straße. Das war vor 30 Jahren noch sehr viel deutlicher. Also die Vorstellung, man kann eben Drogen verbieten und im Gesetz festlegen, dass er nicht konsumiert wird, das hat sich in der Wirklichkeit nicht beärbt, das funktioniert einfach nicht. Und dann gab es eben, als ich im Ministerium war, das war dann ab, interessanterweise, ich habe ja angefangen bei einer grünen ersten Drogenbeauftragten der Bundesregierung, dann ist das gewechselt zur Sozialdemokratie und später eben, das ist ja schon erwähnt worden, ich bin dort weiter angestellt geblieben, auch bei einer Drogenbeauftragten aus der CSU. Und das war hier die Marlene Mortler, für die ich auch arbeiten konnte. Und das war interessant, sie hat bei dem Thema Cannabis zu Benusszwecken immer sehr stark abgewährt, aber bei dem Thema Cannabis als Medizin war sie offen für eine Änderung der Politik. Und das hatte auch damit zu tun, glaube ich zumindest, dass ich sie bekannt machen konnte mit einigen Patientinnen aus ihrem Wahlkreis im Nürnberger Land, bei denen sie gemerkt hat, das waren Patientinnen, die eben Cannabis als Schmerzmittel sozusagen verschrieben bekommen wollten, die das jetzt aber aus privater Tasche bezahlen mussten und die auch Ablehnungsbescheide vom Bfam, vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte bekommen haben. Und dann hat sie diese Frau kennengelernt und gemerkt, das ist ja keine Kifferin. Sie war selber so ein bisschen, hatte die Vorstellung, jeder Mensch, der also Cannabis konsumiert, der ist eben ein Kiffer und irgendwie aus der Welt. Aber sie hat mitbekommen, nein, das kann eben auch zu solchen Mitteln verwendet werden, zur Behandlung einer Erkrankung. Und das war sozusagen und hat sich dann dafür eingesetzt, auch der damalige CDU-Gesundheitsminister Hermann Gröhe war dafür. Und dann gab es tatsächlich eben eine Änderung in dieses Gesetzes oder es wurde 2017 tatsächlich dann in Kraft getreten und vorher im Parlament, im Ministerium und dann im Parlament behandelt. Und das Interessante war, das muss man dazu sagen, dieses Gesetz wäre wahrscheinlich nicht gekommen, wenn es nicht auch ein Urteil des Verwaltungsgerichtes oder des Oberverwaltungsgerichtes in Köln gegeben hätte, was gesagt hat, wenn ihr das nicht macht, wenn ihr das Gesetz nicht voranbringt zur Zulassung von Cannabis als Medizin, dann werden wir den Eigenanbau für einen Patienten, es ging um einen Einzelfall, erlauben. Und das hat sozusagen im Ministerium alle aufgeschreckt und gesagt, naja, das wollen wir auf keinen Fall. Die Menschen sind auch gar nicht in der Lage, dass sie das als medizinische Behandlung, als Medikament anbauen können. Diese Person konnte das sehr wohl, das wurde eben auch bestätigt vom Verwaltungsgericht, aber das Ministerium wollte das auf keinen Fall. Und deswegen wurde das Gesetz entwickelt, weil auch damals schon es Änderungen gab in der UNO, wo man gesagt hat, naja, also Cannabis zu medizinischen Zwecken könnte durchaus therapeutisch nutzbar sein. Aber, und dann wurde dieses Gesetz auch verabschiedet, und es gibt keinen gesetzlichen Facharztvorbehalt, das heißt, jede Ärztin, jeder Arzt in Deutschland, jeder Niederklassende kann eben Cannabis zum medizinischen Zweck verschreiben. Es gibt auch keine gesetzliche Alterseinschränkung und auch keinen Ausschluss zum Beispiel von Kindern in der Therapie. Also es gibt eine Anerkennung der ärztlichen Therapieverantwortung, und das ist ein ganz wichtiger Schritt gewesen. Aber es gab trotzdem noch immer, es gab auch keine Indikationseinschränkung. Also das Gesetz ist sehr offen dafür, und das war das erste und eine der wenigen Gesetze, die einstimmig im Deutschen Bundestag verabschiedet worden sind, und auch vom Bundesrat später. Damals war allerdings die AfD noch nicht im Bundestag. Und das war ein ganz großer Fortschritt, muss man dazu sagen. Es gab vorher schon lange Debatte über Cannabis als Medizin, aber es war zum ersten Mal Anerkennung dessen, dass es auch eine therapeutische Wirksamkeit von Cannabis geben könnte. Und dann gab es eben auch die Diskussion damals schon, ja, wie soll denn die Applikation stattfinden? Tabak rauchen, also Cannabis mit Tabak vermischt, das ist aber doch sehr ungesund, das wollen wir eigentlich nicht unbedingt fördern. Also hat man sozusagen geguckt, gibt es andere Applikationsformen durch das Rauchen mit Vaporizern und ähnlichem, oder das Verbringen in Keksen oder Kuchen oder in Ölen. Und das wurde also dann schon diskutiert und in dem Gesetz eben auch ermöglicht. Weil man gesagt hat, wir wollen auf keinen Fall eben fördern den gemeinsamen Konsum von Tabak und Cannabis. Das ist aber immer noch nicht reguliert, also auch im Gesetz ist es nicht vorgeschrieben. Das können dann die Ärzte mit den Patientinnen und Patienten selbstständig entscheiden. Aber was wichtig ist, dieses Gesetz legt auch fest, dass diese Behandlung finanziert werden muss durch die gesetzliche Krankenversicherung. Allerdings mit bestimmten Voraussetzungen, also die Krankenkassen können zunächst mal bestimmte Dinge verlangen auch, damit sie das auch genehmigen. Aber eigentlich ist das Gesetz relativ klar und wird aber immer noch, würde ich sagen, unterlaufen. Insbesondere durch die Bundesärztekammer, die sich da sehr skeptisch zeigten und sagten, naja, es gibt noch so wenig Forschung, eigentlich müsste man noch stärker damit forschen. Aber das war sehr interessant, weil man eben auch jetzt schon gesagt hat, diese anderen Möglichkeiten des Konsums und auch der Dosierung, das können wir später nutzen. Also auch jetzt bei der Cannabis-Gesetzgebung ist das eine wichtige Voraussetzung gewesen zu sehen, wie kann man die Debatte nutzen bei Cannabis als Medizin für neue Formen der Applikationen, jetzt auch bei dem Cannabis, was wir freigeben wollen. So, und dann gab es eine interessante Debatte schon in den USA ein bisschen davor und das war auch ein bisschen die Befürchtung derjenigen, die das sehr skeptisch sahen, auch von Seiten der Ärzteschaft, die gesagt haben, naja, wenn man Cannabis als Medizin freigibt, dann ist das der erste Schritt, Cannabis auch zu Recreation und Use zu ermöglichen. Das war eine große Angst, die es damals auch gab. Und ich selber muss dazu sagen, ich habe das eher so gesehen, gesagt, ja genau, das ist eine Chance, weil man dann in der Tat nicht mehr weiterhin erklären kann, also dass man Cannabis zu Genusszwecken aber weiter verboten halten muss. Aber lange Zeit war das auch in Deutschland so. So, und dann gab es in der Tat eine UNO-Vollversammlung zur internationalen Drogenpolitik in New York 2016. Und auch damals hatte ich schon die Gelegenheit, mit dem jetzigen Drogenbeauftragten, neuen Drogenbeauftragter der Bundesregierung, Burkhard Blinert, mich zu treffen. Er war damals SPD-Bundesdatsabgeordneter und hatte damals schon die Position, dass man auch Cannabis legalisieren müsse. Er ist nach Uruguay gefahren, hat sich das dort angeschaut und ich habe ihn dann eben in New York getroffen, war aber offiziell da mit meiner damaligen Chefin, Marlene Mortler. Und insgesamt war diese Vollversammlung sehr wichtig, weil sie zum ersten Mal festgelegt hatte, auch eine Resolution verabschiedet hatte, die gesagt hat, also Drogenkonsumenten sollen nicht weiterhin sozusagen wie Straftäter behandelt werden. Die brauchen in erster Linie Behandlung und Prävention muss gefördert werden, aber keine Strafverfolgung. Die ist zwar nicht abgeschafft worden, aber das war das erste große Dokument der UNO zu sagen, Strafverfolgung ist ein falsches Mittel. Wir müssen hier eher andere Mittel fördern, die Behandlung insbesondere. Cannabis war da, glaube ich, gar nicht erwähnt in der Resolution, aber natürlich war man schon der Auffassung, dass das nach den internationalen Suchstoffabkommen nicht erlaubt sein solle, aber man solle zumindest die Bestrafung nicht mehr weiter fortführen. Und das wurde auch in dem sehr scharf diskutiert, soll man zum Beispiel Methadon oder andere Substitute zulassen, soll man das als Behandlungsform tolerieren oder sehr kritisch sehen. Es gab sehr ablehnende Haltungen damals noch von den USA, interessanterweise, aber auch von Russland oder Staaten wie den Vereinigten Arabischen Union oder eben auch Saudi-Arabien und auch Pakistan, die waren stark dagegen und auch der Iran. Deswegen steht es in der Resolution noch nicht drin, aber es ist so indirekt formuliert, dass man auch solche Möglichkeiten zulassen solle. Also das war eine ganz wichtige Frage. Dann war es aber, wie gesagt, erstmal relativ lange still, aber dann gab es so ab 2015, 2016 eine ganze Reihe von Veröffentlichungen der Fachgesellschaften, der Fachgesellschaften in Deutschland und auch der Wohlfahrtsverbände, zum Beispiel paritätischer Wohlfahrtsverbände, die Bundesarvo, die Arvo, die Diakonie, die Caritas, alle und die Deutsche Gesellschaft für Suchtfragen, sozusagen das Dachverband der Suchtbehandlungseinrichtungen, die alle haben sich damals schon sehr deutlich dafür eingesetzt, dass die bisherige Politik zu Cannabis überprüft werden solle und dass man eben auch die Legalisierung oder zumindest die Entkriminalisierung endlich auf den Tisch legen müsse. Das war eine ganz große Übereinstimmung aller Fachverbände, außer der Fachverbände der Psychiaterinnen und Psychiatern und der Ärzteschaft. Also die waren nach wie vor sehr skeptisch und zurückhaltend und gesagt, naja, aber die möglichen Schäden durch Cannabis, die müssten berücksichtigt werden und deswegen waren die sehr skeptisch und zurückhaltend. Aber die Fachverbände der Verhandler oder der Menschen, die sozusagen mit Drogenkonsumenten täglich arbeiten, im niedrigspilligen Bereich, aber auch in der Therapie, die waren der Meinung, das müsste endlich was passieren und geändert werden. Dann gab es noch eine zweite interessante Geschichte mit dem Cannabis-Debatten im Wissenschaftsdiskurs. Es wurde damals vom Ministerium, also es gab schon 2015 eine Veröffentlichung im Deutschen Ärzteblatt, Risiken bei nichtmedizinischem Brauch von Cannabis und das waren damals schon die führenden Suchtmedizinerinnen und Mediziner und Suchtpsychologen, die sich dazu geäußert haben und die waren relativ zurückhaltend und gesagt, naja, also es gibt eben auch durchaus eine ganz Reihe von Risiken, aber auch in dem Resümee wird gesagt, empirisch mittlerweile sehr gut belegt ist, dass biografisch früher hochdosierter, langjähriger und regelmäßiger Cannabis-Gebrauch das Risiko für unterschiedliche Störungen der psychischen und körperlichen Gesundheit und der eingeschränkten, der altersgerechten Entwicklung erhöht. Das war die Kernaussage. Also es gibt diese Schäden, aber mit dieser Einschränkung, wenn die Menschen sehr früh damit beginnen, sehr hochdosiert, ständig, also täglich konsumieren, das war damals schon auch anerkanntes Stand der Forschung. In der Publikation, in den Medien wurde das immer anders dargestellt. Da hieß es dann zum Beispiel, Cannabis macht dumm. Also das war sozusagen sehr stark eingeschränkt, aber diese Botschaft ist dann lange Zeit auch in der Bevölkerung so weiter geblieben. Und vom Ministerium gab es damals eben einen Auftrag, eine Studie zu machen, die wissenschaftliche Evidenz auch weltweit zu unterhalten. Das hat dann eine Gruppe um Eva Hoch von der LMU in München gemacht. Und die haben sozusagen immer Auftrag des Ministeriums und kam eigentlich so ein gleiches Ergebnis. Also auch weltweit gab es eben schon deutliche Einschränkungen oder Risiken des Konsums, aber eben unter der Bedingung, dass es eben ein so regelmäßiger und häufiger und hochdosierter Konsum sein soll. Also es wurde durchaus, hat sich daran auch fachlich, das sage ich später nochmal, gar nicht viel geändert. Das ist damals so publiziert worden. In der Öffentlichkeit, in den Medien wurde es eben sehr stark reduziert. Cannabis ist gefährlich. Insbesondere für Jugendliche und Kinder. Und das macht dumm und behindert die kognitive Entwicklung und Ähnliches. Ein zweiter Teil steht eben Potenzial des Cannabis. Und das war zum ersten Mal, dass das Ministerium gesagt hat, bitte untersucht auch, gibt es Hinweise, dass es eben für therapeutische Zwecke, für die Behandlung von Schmerzen oder anderen Erkrankungen durchaus wirksam ist. Und das ist in diesem Buch auch untersucht worden zum ersten Mal. Und auch dort wurde endlich festgestellt, ja, es gibt noch zu wenig Forschung, es gibt noch wirklich noch nicht klare Indikationen, aber es gibt sehr wohl Wirksamkeitsnachweise. Und das war die Grundlage auch für dieses Cannabis als Medizingesetz. Interessanterweise habe ich damals auch bei der Ausschreibung gesagt, man muss eben aber auch die Funktionalität des Konsums untersuchen. Also gucken, aus welchen Gründen nehmen denn diese Menschen eigentlich Cannabis und was hat das zu bedeuten für sie? Und wieso hat das möglicherweise auch einen Gewinn? Also diese Seite, genauer zu gucken, warum konsumieren Menschen eigentlich diese Sustanzen? Das wurde aber nicht gut untersucht. Also ich habe das zwar damals auch im Ministerium mitgegen einige Widerstände in die Ausschreibung reinbekommen, aber es wurde tatsächlich nicht wirklich untersucht mit der Begründung, es gebe darüber so gut wie keine Forschungsergebnisse. Gut, und dann gab es interessanterweise 2018 die Untersuchung der WHO-Expertenkommission, also des Committee on Blood Dependence. Das ist so eine ständige Kommission mit unterschiedlicher Zusammensetzung, aber das sind 13, 14 oder 15 Wissenschaftler, die von der WHO eben genannt werden und die sich also jährlich immer bestimmte Substanzen anschauen, und untersuchen, ob die möglicherweise gesundheitliche, also psychoaktive Substanzen, ob die Gesundheitsgefahren haben und ob dadurch in Bedingungen diese Gefahren auftreten können und wie man sie minimieren kann. Und das Expertenkomitee hat da zum ersten Mal seit über 50 Jahren eben auch die Wirkung von Cannabis untersucht. Das war lange Zeit, wollte die WHO nicht oder die UNO, sag ich mal, insbesondere unter dem Druck der Vereinigten Staaten, wollten darüber gar nicht forschen und das nicht wissen. Aber diesmal gab es eben diesen Auftrag an die WHO-Expertenkommission und es gab eben auch einen, wie man sieht, hat diese Kommission auch sich weltweit ähnlich wie bei dem deutschen Capris-Buch angeschaut, wie ist der Stand der Forschung. Und die sagen, ja, also es gibt noch keine Hinweise, dass Cannabis Schizophrenie auslösen kann. Es gibt jedenfalls, ist das nicht, bisher noch nicht wirklich nachweisbar, auch wenn es Hinweise dazu gibt, aber das ist nicht so. Das ist wichtig. The vast majority of people who use Cannabis will never develop a psychotic disorder. Also nur eine kleine, die größte Mehrheit der Menschen wird eben keine psychotischen Erkrankungen entwickeln. und auch kognitive Funktionsstörungen können bei sehr häufigen und starken Cannabiskonsum auftreten, aber sind wieder reversibel. Also auch das ist eine Verstörung der WHO. Und dann wird auch die Frage untersucht, wie ist denn das Thema Abhängigkeit? Weil man immer so gesagt hat, ja, so jeder Zehnte, der Cannabis konsumiert, regelmäßig wird auch abhängig davon. Und da sagen die Forscher, ja, das ist jetzt so der Stand der Forschung. Das sagen auch die US-Forscher insbesondere. Aber wir können das noch nicht mit Gewissheit sagen, weil die Daten, die vorliegen, einfach noch viel zu gering sind, also weltweit, um so eine Aussage zu treffen. Also das ist die, das können Sie gerne nachlesen nochmal, wenn das interessiert. Das war die Auffassung der Expertenkommission. Und man hätte jetzt eigentlich erwarten müssen, dann kann aber Cannabis eigentlich nicht weiter sozusagen in dem internationalen Suchstuch abkommen, als die gefährlichste Droge gemeinsam mit Heroin oder anderen Kokain aufgeführt werden. Und alle hatten schon die Hoffnung, dass es zu einer Änderung komme, weil die WHO dann eben eine Recommendation an die UNO-Versammlung ausspricht. Das ist nur eine Empfehlung, die muss nicht beachtet werden. Aber man hat gesagt, gut, es solle zumindest Cannabis von dem Schedule 1, von dem Schedule 4 rausgenommen werden. Und wenn man diese Schedules sich anschaut, dann ist die Number 1 immer sozusagen noch eine Verbotsklausel. Das heißt, damit wird zumindest gesagt, das muss staatlich kontrolliert werden. Das darf man nicht einfach so freigeben. Das ist gefährlich und hat eben auch Gesundheitsrisiken sehr große. Aber die Schedule 4, die ist noch schärfer formuliert. Und da ist es zumindest eine kleine Aufweichung. Dieser Beschluss wird damals schon von einigen gefeiert als ersten Schritt zur Cannabis-Legalisierung. So kann man das leider nicht lesen, weil es gab großen Widerstand von den eben schon genannten Staaten, russische Föderation, Iran, Saudi-Arabien, Pakistan, die das nicht wollten. Die gesagt haben, das soll eben in diesem internationalen Abkommen bleiben. Und das ist auch eines der Hindernisse bei der Cannabis-Legalisierung, auf die ich später komme. Dann gibt es diesen ANCB, also den International Narcotic Control Board der UNO. Das sind 14 unabhängige Wissenschaftler meistens. In der Regel waren sie lange Zeit nur Law Enforcement-Leute, also aus dem Strafverfolgungsbereich. Mittlerweile sind es immer mehr Gesundheitspolitiker oder Menschen aus dem Gesundheitsbereich, sind ja in der Regel Forscher oder ehemalige Forscher, die dort berufen werden, von den Mitgliedstaaten, die dann aber unabhängig sind, also die sozusagen eigene unabhängige Entscheidungen treffen, also nicht von den Regierungen, die sie da hingeschickt haben, sozusagen beeinflusst werden dürfen, theoretisch. Und das war auch mal mein ehemaliger Kollege im Bundesministerium für Gesundheit. Nach seiner Pensionierung ist er dort gewählt worden und war eine Zeit lang auch Vorsitzender dieses Gremiums, von Werner Sipp. Und er hat damals dazu beigetragen, dass die Haltung dieses 1CB gegenüber Drogenkonsumraum sich geändert hat. Das war nämlich in langen Zeiten ein sehr großer Widerstand. Es wurde gesagt, das verstößt gegen internationale Abkommen. Das ist da nicht mit vereinbar. Und dann wurde es auch auf Initiative von Werner Sipp, der das auch für Deutschland durchgesetzt hatte, geändert. Jetzt steht es so drin, wenn ein solcher Drogenkonsumraum in Verbindung mit dem Drogenhilfesystem steht, unter Umständen und eben nicht. Dann kann das eine Maßnahme sein, um zumindest Todesfälle zu vermeiden und verstößt nicht unbedingt sofort gegen diese internationalen Abkommen. Bei Cannabis wird das immer noch anders gesehen. Da wird immer noch gesagt, naja, Cannabis ist nach wie vor so, kann nicht legalisiert werden, zumindest nach den Buchstaben, diese internationalen Abkommen nicht. Allerdings wird gesagt, was man aber machen kann, ist in den Konventionen das Principle of Proportionality, also dass die Verhältnismäßigkeit gewährleistet werden muss und dass es Alternativen zur Bestrafung geben muss. Also insofern kann man zumindest sagen, Legalisierung, das sehen Sie noch sehr skeptisch, aber eine Entkriminalisierung, zum Beispiel wie Portugal das gemacht hat, das sei auch mit dem internationalen Abkommen durchaus vereinbar. Dann gab es eine ganz interessante Debatte unter den Suchtforschern auch in Deutschland. Es gab dann 2021 eine Veröffentlichung in der Psychiatriezeitschrift, Fachzeitschrift zur Abwägung von Nutzen und Schädlichkeit von berauschenden und schmerzliegenden Substanzen aus der Perspektive von deutschen Suchtmedizinern. Interessanterweise ist dieser Aufsatz sozusagen ja vorher schon in einer englischsprachigen Zeitschrift Frontiers of Psychiatry veröffentlicht worden, aber mit dem gleichen Hintergrund. Und interessanterweise bezog man sich damals schon in dieser Veröffentlichung auf die vorherige Arbeit von David Nutt. Ich weiß nicht, ob Sie den mal gehört haben oder kennen. David Nutt ist eigentlich ein Pharmakologe, der lange Zeit für die britische Regierung Beratungstätigkeit gemacht hat. Und er hat sozusagen mit seinem Forschungsteam zusammen eben eine Publikation gemacht, die dann später eben jetzt von den deutschen Suchtforschern auch aufgegriffen worden ist und hat gesagt, wir müssen bei der Schädlichkeit von psychoaktiven Substanzen nicht nur sozusagen die pharmakologischen möglichen Schäden untersuchen, sondern auch die sozialen. Und da kommt er sozusagen in der Gesamtheit eben zu ganz anderen Einschätzungen über die Gefährlichkeit dieser Substanzen. Hier ist es noch ein bisschen besser zu erkennen. Das ist, wie gesagt, dann auch nochmal eben auch von den deutschen Suchtforschern publiziert worden und die haben sozusagen die gleichen Folien sozusagen übernommen von David Nutt und seinem Team. Und die sagen, dass die gefährlichste Substanz in dem Zusammenhang ist eben Crack, Methamphetamine, Heroin und Alkohol. Zum ersten Mal taucht eben auch Alkohol und sagt, und wird sehr deutlich, Alkohol ist weit gefährlicher in den Schädlichkeit als zum Beispiel Cannabis oder auch LSD oder andere Substanzen, die deutlich geringer, was die Schädlichkeit anbetrifft, eingeschätzt werden. Oder eben Substanzen wie Methadon und andere, die eben zu therapeutischen Zwecken auch eingesetzt werden. Das ist ganz interessant. David Nutt ist dann von der britischen Regierung, der konservativen Regierung, damals abgesetzt worden, also als Berater der Regierung, weil er diese Publikation veröffentlicht hat, auch im Lancet und gesagt hat, wenn man das Schädlichkeitspotenzial eben anschaut, ist Alkohol oder auch Tabak dann deutlich schädlicher einzuschätzen. Das wollte aber die britische Regierung nicht gerne hören. Und auch die deutsche Regierung ist da, die jetzige ist da aufgeschlossener, aber die vorherige wollte auch diese Botschaft nicht gerne hören. Gut, und dann gab es eben in der Zeitschrift Rausch, wo ich, die ich auch mit herausgebe, mit den, die eigentlich die frühere Wiener Zeitschrift für Suchttherapie ist und mit den österreichischen Kollegen, haben wir dann ein Sonderheft gemacht zur Cannabis-Legalisierung und haben da sozusagen schon mal alle Positionen zusammengetragen, die es soweit gab, die sich in Deutschland zumindest für eine Änderung dieser Politik eingesetzt haben. Und interessanterweise haben wir dann auch die österreichische Variante noch mit aufnehmen können, nämlich Professor Alfred Springer und Hans Haltmeier, den Sie ja alle sicher beide kennen, haben sozusagen da noch mal auch, wir haben sie gebeten, wie ist das denn in Österreich, wie ist der Diskurs zur Cannabis-Legalisierung dort. Da kommen sie zu der Auffassung, na ja, also wir haben sie, wir haben, wir sehen schon, dass das Auswirkungen hat, vor allem wenn die in Deutschland zu erwarten sind, dann wird das möglicherweise auch in Österreich zu Veränderungen führen. Aber sie waren dann noch relativ skeptisch, weil sie gesagt haben, noch gibt es da großen Widerstand und wir sehen eigentlich noch nicht wirkliche Entwicklung zur Cannabis-Legalisierung in Österreich. Aber sie haben so zumindest die Erwartung gehabt oder wie auch immer, das könnte durchaus anders sein oder werden, wenn das in Deutschland sich entwickelt. So, und dann gab es auch für Sie wahrscheinlich überraschend, aber auch für mich im Juni diesen Jahres einen Wechsel an der Spitze der SPÖ, der Sozialdemokratischen Partei in Österreich und der neue Chef hat dann verkündet, er wolle Cannabis legalisieren. Das müssten Sie mir dann später sagen in der Debatte, war das nur so ein Schnellschuss oder ist das tatsächlich jetzt auch in der SPÖ weiter vorangegangen? Also ich war ziemlich überrascht zumindest und dann gab es auch eine Umfrage in dem Standard zu dieser Frage und da sieht man, ja, ja, das ist nicht ganz, also es ist ungefähr halb, halb. Also ein bisschen eine größere Mehrheit will das nicht, aber es ist auch nicht mehr so, dass das völlig abgelehnt wird. Und wir kommen dann später noch darauf zu sprechen, auch in Deutschland sind die Umfrageergebnisse ähnlich. Also ein bisschen mehr, dass man die Cannabis-Legalisierung befürwortet, aber auch, sag ich mal, 50-50 offenbar auch in Österreich. Und dann gab es eine zweite Überraschung. Und wie gesagt, ich bin ja schon sehr lange tätig in diesem Bereich und dann gab es aber am 24. November 2001 im Koalitionsvertrag der neuen Ampelregierung den Satz, wir führen die kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsenen zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften ein. Dadurch wird die Qualität kontrolliert, die Weitergabe von unreinigenden Substanzen verhindert und der Jugendschutz gewährleistet. Und das war zumindest, und dann sollte das eben nach vier Jahren nochmal auch untersucht werden und evaluiert werden. Und es wurde auch gesagt, auch bei Nikotin und Alkohol müssen wir verstärkt aufklären und aber auch schärfere Regeln für Marketing und Sponsoring entwickeln. Also das war zumindest für Kenner, dieser langjährigen Beobachter dieser Themen, sehr überraschend, dass das im Koalitionsvertrag stand. Und dann war das sozusagen der starken Gesetz. Die zweite Überraschung war die Beauftragung von Burkhard Plinert zum Drogenbeauftragten. Vorher war ja schon der neue Gesundheitsminister Karl Lauterbach eingesetzt worden. Und Karl Lauterbach, sage ich mal, ist insbesondere deswegen Gesundheitsminister geworden, aus meiner Einschätzung, weil die Covid-Krise sehr groß sozusagen und das Gesundheitspolitik verändert hat in Deutschland. Er hat sich damals sehr, sehr stark dafür eingesetzt und war wirklich jeden Tag in den Nachrichten und auf Talkshows und was auch immer. Da konnte man an ihm nicht vorbeigehen. Und dann hat er in der Tat Burkhard Plinert als Drogenbeauftragten eingesetzt. Auch das war eine kleine Überraschung, damit er ich nicht unbedingt gerechnet habe. Und Burkhard Plinert auch nicht. Weil Burkhard Plinert bekanntermaßen eben, er war nicht mehr im Bundestag, aber er hatte sich bekanntermaßen für die Cannabis-Legalisierung eingesetzt. Das habe ich schon gesagt. Er hat damals zusammen mit der Friedrich-Ebers-Stiftung eine Positionspapier zur Drogenpolitik der SPD herausgegeben. Und an der ich heimlich auch mitarbeiten konnte, nicht, ich bin da nicht namentlich erwähnt, aber er hat sozusagen auch Heino Stöber und andere Menschen und auch einige Unterstützer der Grünpartei, zu der ich auch gehöre, dann gebeten, sozusagen das zu formulieren. Und das war sozusagen Grundlage auch eines Kurswechsels in der SPD. Es hat auch zwei Jahre gedauert, bis dann eben, dass es 2015 entstand. Und dann hat es zwei Jahre gedauert, bis dann auch die SPD-Bundestagsfraktion gesagt hat, ja, wir müssen da was ändern. Und ihre bisherige ablehnende Position geändert hat. Und er hat sich da angeschaut, wie ist das gemacht worden in Uruguay. Und jetzt als Drogenbeauftragter hat er sozusagen dann schnell auch geguckt, wie kann man das umsetzen. Dann gab es eben von den vorhin schon benannten Fachverbänden, Drogenfachverbänden, eben entsprechende Positionspapiere. Wie könnte das denn sein? Wie kann man das hinbekommen? Was muss gewährleistet sein, dass die Cannabis-Legalisierung auch so funktioniert, dass sie keine größeren Schäden als eigentlich beabsichtigt entwickelt, sondern dass die positiven Wirkungen auch wirklich eintreten. Und dann zum ersten Mal gab es auch, nicht zum ersten Mal, aber der Deutsche Handverband sozusagen als Lobbyverband derjenigen, die Cannabis konsumieren und die das auch jetzt schon lange gemacht haben und die das auch im Eigenanbau schon propagiert haben, das auch mal gemacht haben schon. Der sehr verbannend sozusagen. Als Lobbyverband war er immer von der bisherigen, also auch von einer damaligen Chefin, sehr stark kritisiert worden als Lobbyverband. Das wird auch jetzt noch so gesehen. Aber die neue Bundesregierung hat gesagt, wir wollen also auch diese Informationen bekommen und auch deren Position tatsächlich anhören und berücksichtigen. Und das hat dann Burkhard Bühner auch gemacht. Im letzten Jahr 2022, im Juni, hat er sozusagen einen Konsultationsprozess entwickelt und hat dann ganz viele Menschen eingeladen, ganz viele Verbände, auch die kritischen Verbände, die Ärztekammer, auch die Gewerkschaft der Polizei und alle möglichen Fachverbände, Vertreter eingeladen, auch aus Nachbarländern, um zu beraten, wie könnte das denn passieren, was muss man berücksichtigen, wie kann so ein Gesetz aussehen, dass es eben wirklich keine Schäden hervorruft und dass man tatsächlich gewährleisten kann, dass der Jugendschutz und auch die Präventionsarbeit da nicht behindert wird. Ich selbst habe dann auch ein Roadmap für Burkhard Bühner entwickelt und habe sozusagen die ganze Entwicklung, die es dann in Deutschland, aber auch außerhalb schon gab, auch in Nachbarländern zusammengefasst und auch in diesen Konsultationsprozess eingebracht. Aber dann gab es eben schon gleich, kurz danach, eine kleine Anfrage aus der CDU-CSU im Deutschen Bundestag, verstößt die Cannabis-Legalisierung gegen das EU-Recht? Und das war also in meines Erachtens sehr gezielt. Man hat nämlich dann versucht, gesagt, also es gab eben entsprechende Gutachten auch, die in Auftrag gegeben wurden, die das eben so sehen und sagen, naja, also das EU-Recht lässt das eigentlich nicht zu, weil nach dem EU-Recht muss man eben auch die internationalen Subabkommen berücksichtigen und eben auch einen Rahmenvertrag, darauf komme ich später nochmal, den die EU 2004 schon beschlossen hat und die den allen EU-Mitgliedsländern vorschreibt, Cannabis oder andere Drogen eben den Drogenkonsum weiterhin zu verbieten und auch den grenzüberschreitenden Verkehr zu regulieren oder nicht zu ermöglichen. Und das wird jetzt im Moment noch immer diskutiert, ist das EU-Recht so angelegt, dass es eine Legalisierung verhindern kann. Der Bedrohungbeauftragte hat sich dann aber getroffen, schon im Juli letzten Jahres und auch in diesem Jahr nochmal im September, mit Vertretern von kleinen EU, kleineren EU-Ländern, die eben schon auf diesen Weg gehen, die eine Legalisierung eben schon überlegt haben oder auch vorgeschlagen haben. Und das sahen unter anderem eben Luxemburg, Republik Malta und auch die Niederländer waren an diesem Prozess beteiligt, obwohl sie da immer noch sehr zurückhaltend waren. Bei Luxemburg muss man abwarten, die haben ja Wahlen gehabt eben auch vor kurzem und eine neue Regierung, die eben eine andere Position vertritt. Da muss man mal sehen, ob die bisherigen Vorschläge zur Cannabis-Legalisierung wieder zurückgenommen werden. Das weiß ich im Moment nicht, aber zumindest waren sie damals an dieser Diskussion beteiligt. Und dann gab es, wie gesagt, eben eine Erklärung des Gesundheitsministers, der gesagt hat, nach diesem Konsultationsprozess sollen Eckpunkte vorgelegt werden und ich möchte das eigentlich hinbekommen. Und es gab auch nochmal eine Diskussion von niederländischen Strafrechtlern, die gesagt haben, oder internationalen Strafrechtlern, die gesagt haben, ja, unter bestimmten Bedingungen, sehen wir das nicht, dass das EU-Recht eben das verunmöglicht, wenn es eben um die Menschenrechte geht. Und die sind nämlich bislang bisher eben gar nicht berücksichtigt worden. Und wenn man diesen Bereich mit einbezieht, dann muss man eben auch die Frage der Legalisierung anders sehen. Es gab, wie gesagt, jetzt im September nochmal ein zweites Treffen, auch noch mit den gleichen Ländern. Dann die Tschechen waren diesmal auch beteiligt, die ja auch der Cannabis-Legalisierung oder Entkriminalisierung zumindest in Angriff genommen haben. Und da hat man sich nochmal beraten und hat überlegt, es gibt auch eine Möglichkeit, auch in den internationalen Abkommen so eine Gruppe von like-minded States, wie das so schön heißt, zusammenzubringen, die sagen, ja, wir wollen die internationalen Abkommen nicht verlassen. Wir sind weiterhin, wollen die durchaus eben auch akzeptieren. Aber wir haben zu diesem Punkt der Cannabis-Legalisierung eine andere Position und wir möchten das auch berücksichtigt haben. Das ist ein bisschen wackelig. Die internationalen Strafrechtler sehen das auch immer sehr skeptisch, aber man kann das durchaus diskutieren, dass man sagt, wir wollen ja nicht austreten. Wir wollen die internationalen Abkommen ja auch durchaus berücksichtigen. Aber in diesem einen Punkt sind wir anderer Meinung. Gut, und dann gibt es so eine kleine Entwicklung, das ist wirklich nur, das habe ich dann zufällig jetzt gefunden. Es gab einen Niedersachsen-Tag der Jungen Union, also der Jugendorganisation der CDU in Deutschland dazu. Und die haben sich dafür ausgebrochen, die ideologiebetriebenen und von einem Grundsatz ausgehenden Themen anders zu diskutieren, auch bei der Frage der Cannabis-Legalisierung, durchaus das mal zu überlegen. Das ist aber noch eine Minderheit, soweit ich sehe, aber ich habe mich gewundert, immerhin gibt es dort auch eine gewisse Bewegung. Und dann gab es die Eckbrute im letzten Jahr, Ende letzten Jahres, auf Grundlage dieser Konsultationsprozesse. Und da war ursprünglich gesehen, na gut, Kauf und Besitz von 20 Gramm erst mal zu ermöglichen und freizugeben. Und dann hat es aber noch sehr lange gedauert, bis eben aus diesen Eckpunkten noch ein Gesetzentwurf geworden ist. Denn dann gab es sofort die Gegenbewegung. Im Oktober letzten Jahres der damalige Gesundheitsminister aus Bayern, Klaus Holetschek war sozusagen der immer nach vorne geschichte Vertreter, der gesagt hat, mit uns nicht. Das wollen wir auf keinen Fall. Und wir drohen auch damit, dass wir, das ist eine Verharmlosung der Risiken durch Cannabis und das sei ein Irrweg. Und der Minister hätte wohl zu viel selber geraucht und Ähnliches kam dann. Also er hat gesagt, wir werden das stoppen. Er ist jetzt nicht mehr Gesundheitsminister in der neuen bayerischen Regierung, aber die Nachfolgerin sieht das möglicherweise ganz ähnlich. Aber Bayern hat ganz klar gesagt, das wird von uns nicht mitgemacht. Muss man mal abwarten, wie es dann weitergeht. Auch der CDU-Vorsitzende hat dann eben gesagt, auch wir werden uns da weigern. Und dann auch so, die Bild-Zeitung hat getitelt, was hat der Mann geraucht? Also gemeint war Karl Lauterbach. Also es wird eine sehr polemische Debatte geführt in diesen Fragen. Und das im Gegensatz, wenn man das mal sich anguckt, Sie kennen alle das, wie nennt man das, Trinkgelage beim München-Oktoberfest. Das ist kulturell akzeptiert, wie das immer so schön heißt. Das wird nicht als Droge gesehen. Und dagegen geht die CDU nicht, CSU nicht vor. Aber Cannabis sozusagen, das sei sozusagen die gefährlichste Droge, die darf man auf keinen Fall irgendwie freigeben oder nicht mal darüber reden, weil man dann eben Anreize schafft für den Drogen-Tourismus und auch das Jugendliche überhaupt damit anfangen. Diese Debatte, wie gesagt, gab es weiterhin. Das hatte ich, glaube ich, eben schon gezeigt. Aber Lauterbach hat dann trotzdem festgehalten an diesen Entwürfen. Und dann gab es für uns alle Ostern diesen Jahres eine Überraschung. Dann plötzlich lag der Gesetzentwurf vor. Das war auch für mich überraschend. Ich hatte zwar noch Kontakte zum Ministerium, aber ich war doch überrascht, dass dann plötzlich ein Gesetzentwurf dann da war. Und der wurde dann auch vorgestellt zu Ostern gemeinsam mit dem Bundeslandwirtschaftsminister von den Grünen und dem Bundesjustizminister von der FDP. Alle drei haben gesagt, wir wollen das. Aber wir schlagen ein sogenanntes Zwei-Säulen-Modell vor. Und das Zwei-Säulen-Modell beinhaltet, dass man zunächst einmal die Entkriminalisierung beschließt, weil die eben auch durch die Regierung verschlossen werden kann, die nicht verhindert werden kann, auch nicht von dem Bundesrat, also der Länderkammer. Deswegen wollen wir damit anfangen und im nächsten Schritt, also auch im nächsten Jahr, dann eben die Überlegung, lizenzierte Geschäfte einzuführen, fördern. Allerdings im Rahmen von Modellen, die zunächst einmal ausprobiert werden sollen. Und wo Bayern schon gesagt hat, die werden sich da nicht beteiligen. Aber dieser zweite Teil, dieses zweite Säule, die ist noch irgendwo, gibt es da möglicherweise Entwürfe im Ministerium, aber sie liegen noch nicht vor. Man hat gesagt, erstmal wollen wir den ersten Teil verabschieden, noch in diesem Jahr. Und dann werden wir weitersehen. Wenn hier so viel Text ist, die können ja die Präsentationen alle bekommen, dann können sie erst einmal nachlesen. Das ist jetzt nicht so schnell alles zu verstehen, vielleicht so schnell. Aber das war zumindest die Kernaussage Zwei-Säulen-Modell. Das ist dann auch kommuniziert worden in der Presse und gesagt worden, naja gut, also mal sehen. Und der Drogenbeauftragte hat sich sehr stark dafür eingesetzt, gesagt, wir wollen über diesen Weg erstens eben Cannabiskonsum ermöglichen, den Eigenbau ermöglichen. Wir wollen eben die Kriminalisierung beenden und den Schwarzmarkt dadurch zurückbringen. Und wir wollen dafür sorgen, das war die Position des Landwirtschaftsminister, wir wollen dafür sorgen, dass der Anbau ökologisch passiert. Das heißt, keine Schadstoffe benutzt werden, dass die Menschen, die Cannabis anbauen oder die dann diesen angebauten Cannabis verkaufen oder nutzen, keine Gefährdung, keine Beinmengung haben, sozusagen nicht gefährdet werden durch Verunreinigung und ähnliches. Und dann gab es eben, das ist interessant, das sind jetzt die Personen, die sehr stark an diesem Thema arbeiten. Es gibt sozusagen Fachmenschen in den Koalitionsfraktionen und das ist hier links, die beiden von der SPD, Carmen Wecke und der Dirk Heidenblut, die beiden sind sozusagen sehr aktiv in der SPD-Fraktion, um dort mehr zu schaffen und haben sich sehr stark da eingearbeitet und plädieren eben für das Cannabis-Controller, für eine Cannabis-Legalisierung. Das tut eben auch Christine Lüttke von der FDP-Fraktion und auch Kirsten Kabat-Gonther, die ist selbst Fachärztin für Psychiatrie, hat lange in diesem Bereich gearbeitet, war am Anfang auch skeptisch, aber die vertreten alle in den Fraktionen der Ampel eben diese Position und sind die Fachmenschen sozusagen, die sich dafür einsetzen, das Eckpunktepapier und auch das als großen Schritt zu entwickeln, aber auch den Gesetzentwurf, sich genauer nochmal anzugucken, und Kontakte zu halten, auch zu den Fachverbänden, ob da nochmal Verbesserungen reinkommen müssen. Es wurde dann, wie gesagt, auch in den Presse sehr stark, also es gab dann ständig immer Diskussionen in den verschiedenen Medien dazu, die einen, die gesagt haben, das ist gefährlich und naiv, das war die Position der Union, das ist auch weiterhin so. Am anderen hat dann der Drogenbeauftrag gesagt, wir wollen eben, wir warnen Bayern von einer Cannabis-Blockade, wir möchten allen Bundesländern ermöglichen, an Modellen teilzunehmen, das sollen sie wirklich probieren und wenn wir merken, bei den Modellen, das funktioniert nicht, dann werden wir es auch wieder zurücknehmen, aber wir sollen es zumindest ausprobieren können und da muss auch Bayern mitmachen. Der Handverband als Vertreter eben der Konsumierenden ist natürlich schon lange dafür, dass die Zeit für Legalisierung reif ist und unterstützt das auch. So, und dann gab es eben den Gesetzentwurf vom Kabinett schon am 16. August und diesem Gesetzentwurf wird genauer gesagt, wie soll das denn passieren, dieser erste Schritt und es wird gesagt, erstens, es soll nicht gewinnorientierte Vereinigungen geben, also sogenannte Anbauvereine, die sollen eben ihren Mitgliedern ermöglichen, Cannabis anzubauen unter ökologischen Bedingungen und auch Kontrollen und diese Mitgliedsvereine sozusagen sollen gegründet werden können und das muss auch zugelassen werden und dann können die das eben dort anbauen unter diesen Bedingungen und eben auch für verwenden für sich selber zum Eigenkonsum. Zweitens, und das Gesetz wird dann eben den Rahmen dafür schaffen. Der Punkt ist dann das andere, und es soll eben auch, das wurde auch festgelegt, die Landesbehörden sollen das überwachen und auch die kommunalen Behörden und die Qualität soll unterstützt oder untersucht werden und die muss gewährleistet sein und auch der Jugendschutz. Also in diesen Anbauvereinen sollen eben besondere Personen tätig sein, die eben für den Jugendschutz zuständig sind, die also Risiken aufklären und die, wenn die mitbekommen, da gibt es möglicherweise Menschen, die Probleme haben mit dem Konsum, dann mit den örtlichen Vereinen der Suchthilfe und auch der Jugendhilfe sich zusammensetzen und überlegen, was kann man da machen, wie kann man solche Menschen unterstützen. Dann ist auch gesagt worden, das soll eben nicht gewinnorientiert sein, da will man sozusagen sich orientieren an dem Modell aus Uruguay und dann wurde auch gesagt, dass diese Menschen sollen dann mindestens 18 Jahre alt sein und nicht mehr als 500 Menschen sollen in so Anbauvereinen möglich sein und man dann wurde auch festgelegt, in diesem Gesetzentwurf maximal 25 Gramm pro Tag soll man dann eben anbauen können und 50 Gramm im Monat und es sollte auch festgelegt werden, der Strafheil besitzt das Mitführen in der Öffentlichkeit zum Eigenkonsum von 25 Gramm. Das heißt also eigentlich eine Straflosstellung bis zu 25 Gramm und eben auch nochmal eine Überprüfung der Führerscheinregelung, die bislang so ist, dass eben schon das Mitführen auch von Cannabis selbst auf dem Fahrrad dazu führt, dass der Führerschein überprüft werden kann oder dass der abgegeben werden muss. Und wie gesagt, der straffrei private Eigenanbau soll zugelassen werden, maximal drei Pflanzen und auf eine bestimmte Höhe der Männen, die dann angebaut werden kann. Zweite, und das ist eine ganz entscheidende Geschichte, ich habe Ihnen ja vorhin erzählt, Cannabis als Medizingesetz, das ist weiter in den Kraft und das Cannabis als Medizingesetz ist sozusagen Bestandteil dieses neuen Cannabis-Gesetzes und eine ganz wichtige Regelung, Cannabis wird eben aus dem Strafrecht rausgenommen, also auch aus dem Betäubungsmittelrecht. Das heißt, auch Medizinalkannabis ist eben kein Betäubungsmittel mehr. Das heißt, das ist eine Vereinfachung, die Ärzte, die es verschreiben, brauchen keine Betäubungsmittelrezepte mehr und auch in Apotheken gibt es nicht mehr diese Betäubungsmittelrechts, Betäubungsmittelverpflichtung, Rezeptverpflichtung. Also das ist ein ganz wichtiger Vorteil. Allerdings ist es noch nicht wirklich so klar, ob das zu einer Erleichterung führen wird, aber das ist zumindest von Seiten des Gesetzgebers gewollt. Dann gab es aber eine merkwürdige Kampagne des Gesundheitsministers, kurz nachdem, das war dann im August noch, die sehen diese Plakate, die sind nicht groß verbreitet worden, aber Karl Lauterbach hat dann diese Plakate vorgestellt, auch in den Medien, wo er sagt hat, ja, das soll legasiert werden, aber wir wissen, dass es natürlich Schädigungen gibt, Amtsstörungen und ich weiß nicht, was für andere Störungen, keiner hat so richtig verstanden, was das nun sollte. Ich glaube, er wollte damit unter Beweis stellen oder die Opposition nochmal auf seine Seite ziehen, indem er gesagt hat, ja, ich nehme den Jugend- und den Gesundheitsschutz sehr, sehr ernst, das müsst ihr mir schon glauben, deswegen mache ich so eine Kampagne. Das war aber eigentlich keine Kampagne, sondern es war eine Vorstellung von ein paar Plakaten und auch die BZGA, die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, die eigentlich für solche Präventionsarbeiten zuständig ist, als Unterbehörde sozusagen des Ministeriums, war damit gar nicht involviert, also die waren selber überrascht über diese Plakate und dann kam es noch zu einer zweiten Erschreckung sozusagen, das hat dann die Suchtierferverbände gleich aufgeschreckt, weil in dem Haushaltsentwurf, der ursprünglich vom 18. August vorgesehen war, dass die Mittel für Aufklärungsmaßnahmen für die BZGA zum Beispiel gekürzt werden sollen in den nächsten Jahren. Dass auf der anderen Seite eben für den Cannabis-Prävention aber eine Million da bereitgestellt werden soll, das war wie gesagt unbegleitende Maßnahmen eben auch finanziert werden sollen. Dazu kann ich Ihnen jetzt gar nichts sagen, weil Sie haben ja vielleicht mitbekommen, das ganze Haushaltsgesetz ist im Moment auf dem Frühstand, es hat jetzt zwar ein neues gegeben, einen neuen Entwurf, der jetzt gerade in der Koalition verabschiedet worden ist in irgendwelchen Nachtsitzungen, der liegt mir aber noch nicht vor. Also ich weiß nicht, ob diese Kürzungen da weiter vorgesehen sind, es wird zu Kürzungen kommen müssen, aber in welchem Umfang, in welchem Bereich kann ich Ihnen leider nicht sagen, das ist sozusagen noch nicht öffentlich. Da muss man mal abwarten, aber die Überlegung überhaupt da in dem Bereich zu kürzen, hat zu scharfen Protesten auch bei den Suchtdifferverbänden geführt. Dann gab es noch mal eine Debatte um die Frage, ist das dieser Gesetzentwurf nicht sowieso viel zu bürokratisch? Also wird das dazu führen, dass es Anbauvereine gibt oder werden die eigentlich eher behindert? Ist das das Modell, was wir, das heißt ja sonst auch Social, Cannabis Social Clubs Modell, was in Spanien funktioniert, auch wenn es dort halblegal oder illegal ist, in Belgien auch und dort hat man gesagt, das soziale Element ist ein ganz wichtiges, deswegen sollen das Leute in solchen Anbauvereinen sein, die eben auch Cannabis gemeinsam konsumieren wollen und auch selber gucken wollen, wenn da jemand sich möglicherweise gefährdet, das mitzubekommen und diese Person dann auch zu unterstützen, den Konsum zu reduzieren oder vielleicht aufzugeben auch. oder zu vermitteln an Beratungseinrichtungen, das ist diskutiert worden auch und interessanterweise gibt es auch von den eben drei oder vier genannten Parlamentsabgeordneten, die das nochmal verändern wollen, weil in dem Gesetzentwurf vom Ministerium steht drin, dass der Konsum in diesen Anbauvereinen nicht erlaubt werden soll. Das halten Praktiker und auch Menschen, die das längst schon diskutieren, für völlig falsch. Aber dann, wie gesagt, gab es noch eine Unklarheit, gibt es jetzt überhaupt nochmal ein Gesetz in diesem Jahr oder wie wird das dann weitergehen? Die CDU hat sich dann noch deutlich gesagt, wir werden das kippen und haben diesen interessanten Vergleich gebracht, nein zu Cannabis, aber ja zu Kernkraft. Also diese Debatte gibt es noch immer und auch der Handverband war sich sehr unsicher, kommt es überhaupt noch dazu? Dann kam aber der Gesetzentwurf tatsächlich schon, der ist ja vorher schon in der Bundesregierung verabschiedet worden und dann kam er auch in den Bundesrat schon am 29. September, interessanterweise, das ist kaum wahrgenommen worden und nur vor einigen Fachzeitschriften in der Ärztezeitung zum Beispiel, warum? Weil befürchtet wurde, der Bundesrat würde sozusagen verlangen, wird das von vornherein kippen wollen, das Gesetz, den Bundesrat mit verabschiedet werden. Das hatte Bayern verlangt, aber dazu kam es eben nicht. Es wird gesagt, ja, wir wollen einige Dinge verändern, insbesondere das Vollzugsrecht muss etwas, der Vollzugsaufwand muss reduziert werden, wir müssen genau wissen, was kommt auf die Kommunen zu, wie soll das kontrolliert werden, weil das ist kritisiert worden und auch nochmal hat der Bundesrat da sozusagen nochmal entsprechende Änderungen verlangt, aber er hat nicht gesagt, das ist zustimmungspflichtig, also denn dieser Schritt ist insofern klar, der Bundesrat muss nicht zustimmen, die Bundesregierung kann so ein Gesetz eben im Parlament verabschieden lassen und dann wird das in Kraft treten. Drogenbrauchter hat sich dann in der Zeit nochmal dazu geäußert und hat auch in dem Gesetz war auch ursprünglich vorgesehen, Abstandsregelung, man darf also mindestens 200 Meter muss man Abstand halten zu Einrichtung der Jugendhilfe, zu Kindergärten und zu Schulen, das wurde sehr deutlich kritisiert, das ist nicht einhaltbar, wir sollen das kontrollieren und warum diese 200 Meter oder auch das Konsumverbot in den Anbauvereinen, auch das wurde kritisch gesehen und das sieht auch der Bundesdrombeauftragte kritisch und auch was die Obergrenzen betrifft. Dann gab es in der Tat nochmal eine Diskussion, zumindest ist der Gesetzentwurf in erster Lesung schon in den Bundestag gekommen, mit Verzögerung, es gab einige Verzögerungen auch aufgrund der Situation, der Kriegssituation in Israel und des Überfalls Hamas, hat man das Parlamentsdebatte doch verschoben und gesagt hat, das ist so wichtig nun auch nicht, dass die anderen wichtigen Themen dann irgendwie in den Hintergrund geraten, das wollen wir nicht, aber er ist dann in erster Linie eingebracht worden, die erste Lesung hat stattgefunden Mitte Oktober, Ende Oktober und dann sollte die nächste Verfassung auch stattfinden, also am 18 Oktober gab es die erste Lesung, das war sozusagen, was ich vorhin schon gesagt habe, dieser Gesetzentwurf ist da so eingebracht worden, wie das Kabinett ihn verabschiedet hat, dann gab es eben auch schon Einwände der Oppositionsfraktion, die sind auch nicht neu, insbesondere ist gesagt worden, die Entwicklung von jungen Menschen bis zum 25. Lebensjahr ist durch den Konsum von Cannabis gefährdet, weil die Entwicklung des Gehirns noch nicht abgeschlossen ist und das Belegen in klinischer Forschung, das muss man auf jeden Fall verhindern und deswegen sind wir strikt gegen eine Legalisierung. Diese Position vertritt auch die Bundesärztekammer und andere Fachverbände der Psychiater und auch die AfD-Fraktion hat sich dem weitgehend angeschlossen, hat aber gleichzeitig gesagt, Cannabis als Medizin, das müsste man doch ein bisschen besser erleichtern. Dann gab es die Anhörung am 6. November im Deutschen Bundestag, es fehlen ja immer zu Gesetzentwürfen Anhörungen statt von Fachverbänden, die sind über 25 Fachverbände eingeladen worden, die den Gesetzentwurf mit Stellungnahmen kommentiert haben, unter anderem eben auch der Akzeptverband, Bundesverband akzeptiere Drogenarbeit, ich bin als Vertreter von Akzept bei der Anhörung auch dabei gewesen, man hat dann immer nur relativ wenig Zeit, so kleine Aspekte des Gesetzentwurfes nochmal herauszuarbeiten oder zu kritisieren oder eben Vorschläge zu machen, aber insgesamt kann man sagen, es waren alle Vertreter, auch die, die das sehr kritisch sehen, aber eine überwiegende Zahl der dort eingeladenen Fachverbände und Vertreterinnen und Vertreter haben gesagt, das Gesetz ist eigentlich ein richtiger Schritt Schritt in die Inkriminalisierung des Konsums, wir haben die und die Änderungsvorschläge, die Gewerkschaft der Polizei war anderer Meinung, auch die Bundesärztekammer, die Bundespsychotherapeutenkammer war so hin und her, gesagt, naja, eigentlich die Richtung Inkriminalisierung tragen wir mit, aber eigentlich ist das Gesetz wohl, wenn das auch nicht, weil es eben doch auch Jugendlichen gefährden könnte, das sagt auch die Bundesärztekammer, aber auch der Vertreter der Bundesärztekammer hat gesagt, die Kriminalisierung, die soll auf jeden Fall abgeschöpft werden, also das war schon so ein neuer überwiegender Tendenz auch der Fachverbände und der Vertreter dort. Und dann fehlt, glaube ich, was auf jeden Fall ist da noch mal eine Änderung reingekommen in diesen Gesetzentwurf, also diese Abstandsregelung, zumindest haben sich Vertreter der Koalitionsfonds dafür eingesetzt, von 200 auf 100 Meter zu reduzieren, also auch die Strafvorschriften zu reduzieren, auch die Möglichkeit des Anbaus, des Eigenanbaus noch zu verbessern, aber dann gab es eben eine Verschiebung noch mal. Es bleibt spannend, das ist hier gesagt worden vom Deutschen Landverband und hier, der Deutsche Landverband macht doch jährlich Untersuchungen darüber, wie ist das denn, wie sehen das die, wie das in der Bevölkerung sehen, soll das legal sein, soll das reguliert werden und da gab es eben im Oktober 2014 relativ große Mehrheit dafür dagegen, also da war schon die überwiegende Mehrheit der Meinung, das soll so bleiben, wie es ist und wir sehen, die Schere ändert sich und mittlerweile ist das so ungefähr die Hälfte, also die Hälfte der Bevölkerung ist der Meinung, das soll so bleiben und die andere Hälfte ist der Meinung, dass soll geändert werden. Dann gab es noch mal auch eine Untersuchung von veröffentlichten von Spiegel, also CIVI ist ein Meinungsforschungsinstitut, was für den Spiegel immer anfragt. Ich habe hier geschrieben, Meinungsführerinnen schaffen Meinungen, das kann man in der Tat so sehen, das können wir auch diskutieren, man sieht nämlich, wenn die Presse sozusagen die ganze Zeit darüber berichtet, welche Gefahren in dem Cannabuskonsum liegen und sie hat insbesondere in den letzten Monaten und Wochen der Staat diese Position, die es da gibt, auch in den Fachverbänden und bei der Polizei immer wieder positioniert, dann verändern sich natürlich auch in der Bevölkerung die Auffassungen und jetzt sieht man hier bei der letzten Umfrage in der Tat, dass die Skeptiker jetzt etwas größer geworden sind. Also das heißt, die Mehrheit ist jetzt eher skeptisch und sagt, das soll nicht passieren, aber es gibt immerhin noch 40% oder über 40%, die der Auffassung sind, das soll auf jeden Fall gemacht werden. Gut, dann gab es nochmal, das haben Sie gleich mitbekommen bei der Europäischen Drogenbeobachtungsstelle, eine Publikation jetzt noch im November zum Cannabis-Märkten in der EU, die ist gemacht worden zusammen mit Europol und das ist eigentlich eine Untersuchung, die erstmal nur feststellt oder untersucht, wie sieht das den europäischen Mitgliedstaaten aus, wie wird Cannabis da verkauft auf dem illegalen Markt, welche Strukturen gibt es da, wer macht da Gewinne und das ist eine durchaus kritische Untersuchung, die eben sagt, ja, noch gibt es eben Menschen und Verbände und Organisationen, die daran wirklich sehr viel Geld verdienen, aber das war ja eine Grundlage auch der Regierung zu sagen, das wollen wir eben nicht, wir wollen diesen illegalen Markt reduzieren, das kann nicht sein, dass da Menschen mit Riesensummen an Geld verdienen und der legale Zugang nicht möglich ist, das wollen wir gerade ändern, in Kanada hat man das auch gemacht, in Kanada hat man auch gesehen, dass das funktioniert, das geht nicht so schnell, in Kanada ist es aber immerhin so, dass die meisten Menschen, die dort Cannabis erwerben, in den legalen Geschäften, das ist eine Mehrheit schon, die das so tut, also 60% etwa der Konsumierenden kauft den Cannabis eben jetzt schon in diesen lizenzierten Geschäften, die Zahl derer, die das im illegalen Markt noch sich besorgen, ist reduziert worden, das gleiche ist richtig bei in den USA ist es immer sehr unterschiedlich in einzelnen Staaten, aber es gibt diese Bewegung, auch wenn die natürlich nicht sofort passiert und warum jetzt aber ausgerechnet jetzt diese Publikationen auf den Markt kamen, das kann man auch nur rätseln, aber es wird sicherlich von denjenigen, die da sehr skeptisch sind, eher benutzt, zu sagen, seht ihr, der schwarze Markt wird weiterlaufen und die werden doch nicht so dumm sein, sozusagen sich dieser Einnahmequelle entgehen zu lassen. Das muss man durchaus sehen, aber dann gab es eben doch noch eine Überraschung von Weihnachten. Ich wollte Ihnen eigentlich schon die frohe Botschaft mitteilen, weil eigentlich war vorgesehen, in der letzten Woche, die letzte Woche des Bundestages, da sollte das Gesetz verabschiedet werden, in zweiter dieser Lesung, zunächst mal am Montag, am Dienstag, im Gesundheitsausschuss und dann am Freitag, am letzten Freitag, ursprünglich im Bundestag. Aber das ist abgesetzt worden, es gibt noch mal Verhandlungen und das hatte damit zu tun, dass es innerhalb der SPD-Fraktion jetzt plötzlich Widerstand gab und insbesondere von den dortigen Innenpolitikern und Vertretern der Polizeigewerkschaften. Das ist nicht ganz neu, das machen sie, also diese Positionen oder die kritischen Positionen gibt es schon längere Zeit, aber ich war dann doch überrascht und auch der Dirk Heidenblut, der sozusagen der SPD-Druck politische Sprecher ist, hat gesagt, nein, das ist eigentlich schon abgeschlossen, die Verhandlungen und wir gibt eine Einigung auf der Fachebene und auch mit dem Minister, das soll jetzt auch gemacht werden. Allerdings hat er dann auch eingesehen, so einfach ist es nicht, es wird nicht mehr im Dezember verabschiedet werden können, weil eben auch bestimmte Positionen noch umstritten sind in der SPD-Fraktion, das war für alle sehr überraschend, so kurz vor Weihnachten noch. Die anderen Koalitionsfraktionen sehen das auch sehr kritisch und verdauern das und sind der Meinung, das muss noch passieren, allerdings eben nicht mehr so schnell, wie es ursprünglich geplant war. Allerdings gibt es jetzt die Chance, in den ersten Sitzungen des Bundestags im Januar das Gesetz doch noch zu verabschieden in zweiter Sitz der Lesung und dann würde es etwas später, also im April, in Kraft treten. Also das ist jetzt so der Schluss oder die jetzige Debatte, sozusagen die Aktivisten sagen, jetzt muss man aktiv werden und die SPD da ein bisschen unter Beschuss nehmen oder auch versuchen in der SPD-Fraktion dafür zu sorgen, dass eine Mehrheit sich dafür ausspricht. Aber wie gesagt, das ist nicht so ganz klar, ob es bei der Abstimmung zu Problemen kommt. Nein, es ist, wie gesagt, es gibt einerseits SPD-Innenpolitiker Sebastian Fiedler, der gleichzeitig sehr aktiv ist bei der Gewerkschaft der Polizei, hat gesagt, er wird das auf jeden Fall nicht mitmachen und für eine Veränderung sozusagen, also er wird nicht das gesamte Gesetz ablehnen, aber bestimmte Dinge darin sollen so nicht passieren und deswegen würde er, wenn das nicht geändert wird, dem Gesetz nicht zustimmen. Muss man mal sehen, ob es so eine Fraktionsbank geben wird da bei der SPD, das muss man mal abwarten. Auf der anderen Seite gibt es das Statement von den Fraktionssprecherinnen, Sprechern, Dagmar Schmidt und der Quise, die sagen, nein, das Cannabis-Gesetz kommt, das wird zeitnah 2004 im Bundestag verabschiedet werden. Ja, das ist ein bisschen unklar, was jetzt passiert. Wie gesagt, man muss jetzt das Weihnachtsfest abwarten, vielleicht besinnen sie sich dann noch, also auch die Kritiker in der SPD-Fraktion, die sagen auch wiederum, sie hätten das auch immer so gesagt, die Taten jetzt sehr überrascht, warum denn jetzt plötzlich da das durchgepeitscht werden soll. Also das ist aber sehr unmöglich, weil diese Debatte gibt es eben schon lange, der Gesetzentwurf liegt schon lange vor und die Bremser sind wie gesagt im Moment noch im Hintergrund tätig, wir wissen nicht und ich kann Ihnen das auch nicht sagen, wie es dann ausgehen wird. Ja, so das ist jetzt der kurze und ich weiß nicht um ganz umfassende die Übersicht über die Cannabis-Gesetzgebung in Deutschland. Ich bin nach wie vor relativ optimistisch, dass es zum Gesetz kommen wird, dass sie im Januar auch verabschiedet wird, aber da muss man ein bisschen in der Glaskugel lesen, das kann noch alles mögliche passieren. und ich bin nachdem der Glaskugel mit dem in der Glaskugel in der Glaskugel in der Glaskugel in der Glaskugel in der Glaskugel